Nach den Lehren von Dolores Cannon und anderen spirituellen Führern lädt uns das Konzept des Aufstiegspfads ein, eine Realität zu verstehen, die über das Physische hinausgeht. Dieses Verständnis beinhaltet bedeutende Veränderungen jenseits unseres Körpers und der uns bekannten materiellen Welt. Wenn wir von Schwingung und Frequenz sprechen, meinen wir eine energetische Realität, die sowohl die Materie als auch das Bewusstsein beeinflusst. Stellen Sie sich die Erde als ein lebendiges Wesen vor, das atmet und sich in Harmonie mit den Strömungen des Universums bewegt. Wie jeder lebende Organismus entwickelt sich auch die Erde ständig zu höheren Bewusstseinsebenen weiter. Dieser Prozess ist vergleichbar mit einem Schmetterling, der aus seinem Kokon schlüpft und sich von den Beschränkungen seiner früheren Form befreit, um neue Höhen zu erreichen. Auf die gleiche Weise entwickelt sich die Erde ständig weiter und erreicht eine neue Stufe ihrer Existenz. Diese Transformation war nicht nur intellektuell, sondern auch zutiefst emotional und spirituell. In unserer Zeit mögen die technologischen Fortschritte und wissenschaftlichen Entdeckungen den Eindruck erwecken, dass das menschliche Bewusstsein rationaler und empirischer geworden ist. Doch unter diesem Schleier der Logik und der Vernunft bleibt die spirituelle Suche so mächtig wie eh und je. Wir stehen an der Schwelle eines weiteren gewaltigen Wandels. Die Lehren von Dolores Cannon beleuchten das Konzept der neuen Erde, das tiefgreifende Auswirkungen auf die Menschheit hat. Nach Dolores Lehren befindet sich die Menschheit an einem entscheidenden Scheideweg, einer kosmischen Weggabelung. In tausenden von Quantenhypnose-Heilungssitzungen mit ihren Klienten hat sie die Idee enthüllt, dass wir uns in einem Übergangsprozess von einer dreidimensionalen Realität zu einer höheren fünften Dimension befinden, die als neue Erde bekannt ist. Das Konzept der neuen Erde stellt eine bedeutende Transformation des menschlichen Bewusstseins dar und bietet eine Welt, die mit höheren Frequenzen der Liebe, des Mitgefühls und des Verständnisses schwingt. In ihren Briefen, Interviews und Lehren beschrieb Dolores anschaulich die Vision einer Zukunft, in der sich die Menschheit von den Fesseln niedrigerer Schwingungen wie Angst, Wut und Unwissenheit befreien und auf eine höhere Ebene der Existenz aufsteigen kann. Wenn man jedoch bedenkt, warum dieser Wandel schwer fassbar bleibt und sich nicht für jeden vollständig manifestiert, was sind dann die Barrieren, die einige Menschen auf der alten Erde festhalten, während andere erfolgreich den Übergang vollziehen? Dolores Cannon hat mit ihrer Methode der Quantenhypnose ein großes Vermächtnis hinterlassen. Ist es nicht wunderbar, sich vorzustellen, dass wir als Kollektiv an der Schwelle zu einem neuen Kapitel der menschlichen Evolution stehen, das nicht nur die Art und Weise verändern könnte, wie wir miteinander umgehen, sondern auch die Art und Weise, wie wir Zeit, Raum und Realität wahrnehmen? Die Grundlage von Dolores Cannons Lehren dreht sich um das Konzept des Aufstiegs, aber was bedeutet Aufstieg in diesem Zusammenhang? Es ist nicht nur eine religiöse oder mythische Idee, es ist eine Anhebung eurer Schwingungsfrequenz und eures Bewusstseinsniveaus. Das Ziel ist, sich auf eine neue Erde zuzubewegen, die mit einer höheren Schwingungsfrequenz funktioniert. Wenn wir von Schwingungen sprechen, meinen wir damit die Energiemuster, die sie aussenden. Jeder Gedanke, jedes Gefühl und jede Handlung hat eine Schwingungsfrequenz und diese Frequenz spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Realität, die sie erleben. Haben Sie schon einmal beobachtet, dass Sie in einer negativen Umgebung emotional ausgelaugt sind? Dies ist eine niedrige Schwingungsfrequenz. Haben Sie dagegen schon einmal unerklärliche Leichtigkeit und Freude in einer erhebenden Umgebung gespürt? Das ist eine hoch schwingende Energie. Auf unserer Reise zum Aufstieg ist es wichtig, dass Sie auf Ihren Körper hören und ihm die Zeit und Aufmerksamkeit geben, die er braucht, um sich an diese neuen Frequenzen anzupassen. Menschen jeden Alters erleben einzigartige Veränderungen und Herausforderungen beim Übergang zu den neuen Aufstiegsfrequenzen, da sie mehr Zeit in den alten Frequenzen verbracht haben und ihre Körper stärker in dieser Realität verwurzelt sind. Ältere Menschen können mit zusätzlichen Herausforderungen konfrontiert werden, da die Anpassung an die höheren Schwingungen anstrengend sein kann. Während dieses Prozesses, in dem wir uns den Herausforderungen des Wandels stellen, ist es wichtig zu erkennen, dass einige ältere Menschen beschließen, diese physische Ebene zu verlassen. Sie haben vielleicht das Gefühl, dass sie ihr Ziel in dieser Realität erreicht haben oder dass die erforderliche Transformation zu überwältigend ist. Jeder Mensch hat seinen eigenen Weg und seinen eigenen Rhythmus der spirituellen Entwicklung. Deshalb ist es wichtig, seine persönliche Entscheidung zu respektieren und zu achten. Der Mut und die Weisheit ihrer individuellen Entscheidungen werden anerkannt, in dem die Entscheidungen derer, die sich für den Austritt entscheiden, respektiert werden. Jede Seele hat ihren eigenen spirituellen Weg und es liegt in der Verantwortung jeder Seele, zu entscheiden, wann und wie sie ihre spirituelle Reise fortsetzt. Dies erinnert uns an die Bedeutung von Mitgefühl und Respekt für andere, während wir uns durch diesen kollektiven Übergang zu höheren Frequenzen bewegen. Gleichzeitig sind die jüngeren Generationen bei diesem Übergang zu neuen Frequenzen im Vorteil, weil ihre DNA von Natur aus auf diese höheren Schwingungen abgestimmt ist. Sie sind die Träger des neuen Zeitalters und haben die natürliche Fähigkeit, den Aufstiegsprozess zu leiten. Die Tatsache, dass sie mit einer angepassten DNS auf die Welt gekommen sind, gibt ihnen eine privilegierte Position, um die Veränderungen, die stattfinden, zu verstehen und sich ihnen anzupassen. Ihre Sensibilität und ihr erhöhtes Bewusstsein ermöglichen es ihnen, die subtilen Energien des Universums wahrzunehmen und sich mit ihnen zu verbinden. Diese jungen Menschen sind die wahren Lichtträger, die den Weg zu einem erneuerten kollektiven Bewusstsein erhellen. Ihre Anwesenheit in dieser Zeit der Transformation ist entscheidend, um den Übergang zu einer höheren und harmonischeren Realität zu erleichtern. Sie sind ein Leuchtfeuer der Hoffnung und des Wandels in einer sich ständig verändernden Welt. Mit ihrer Energie, ihrer Weisheit und ihrer Ausrichtung auf neue Frequenzen sind diese jungen Menschen dazu berufen, Katalysatoren für die spirituelle Entwicklung der Menschheit und Agenten des Wandels zu sein. Ihre Intuition und ihre Verbindung zu ihrem inneren Wesen ermöglichen es ihnen, andere in einen Prozess des persönlichen Erwachens und der Transformation zu führen. Die physischen Veränderungen, die wir derzeit erleben, spiegeln eine kosmische Transformation auf globaler Ebene wider. Diese Entwicklung führt im Grunde dazu, dass wir uns an die neuen Energien anpassen, die in unserer Umgebung entstehen. Sie ist Teil des natürlichen Prozesses, die Schwingung der Erde und von uns selbst anzuheben und uns mit den höheren Frequenzen des Universums in Einklang zu bringen. Wir werden in einen höheren Bewusstseinszustand gedrängt, um uns an die Weite und Komplexität des Kosmos anzupassen. Dieser Wandel spiegelt eine Synchronisation mit den Rhythmen und Flüssen des Seins wider und führt uns zu einem tieferen Verständnis unserer Verbindung mit dem Universum. Dieser Prozess ist nicht nur physisch, sondern auch spirituell und energetisch. Er erfordert von jedem von uns, dass wir uns auf eine Reise der Selbstentdeckung und Transformation begeben und unserem Körper und Geist erlauben, sich mit den höheren Frequenzen des Seins zu synchronisieren. Wenn wir diese Veränderungen annehmen, werden wir zu aktiven Zeugen und Teilnehmern an der Erschaffung einer neuen Realität, in der wir stärker auf die Harmonie und Einheit des Universums ausgerichtet sind. In ihrem Werk Three Waves of Volunteers – Drei Wellen von Freiwilligen präsentiert Dolores Cannon eine faszinierende Perspektive auf den Zweck und den Charakter von Menschen, die in Zeiten des planetarischen Wandels und der Transformation mit einer spezifischen Mission auf der Erde inkarniert sind. Durch ihre Arbeit mit regressiver Hypnose identifiziert sie drei verschiedene Wellen von Freiwilligen, die zu verschiedenen Zeiten der Menschheitsgeschichte auf die Erde kamen, um die spirituelle Evolution und den planetarischen Aufstieg zu unterstützen. Die erste Welle von Freiwilligen kam in den 50er und 60er Jahren, einer Zeit des spirituellen Erwachens und des kulturellen Wandels. Diese Menschen waren Pioniere, die die Saat des Wandels ausstreuten und den Boden für künftige Generationen bereiteten. Sie kamen mit einem tiefen Sinn für den Sinn ihres Lebens und einem klaren Auftrag zur Anhebung des kollektiven Bewusstseins beizutragen. Die zweite Welle von Freiwilligen tauchte in den 70er und 80er Jahren auf, einer Zeit des sozialen und politischen Umbruchs. Diese Freiwilligen wurden inkarniert, um den Prozess des spirituellen Erwachens zu beschleunigen und das Bewusstsein der Menschheit zu erweitern. Sie brachten eine kraftvolle Energie und eine tiefe Verbindung zur Spiritualität mit. Die dritte Welle von Freiwilligen begann in den 1990er Jahren und dauert bis heute an. Diese Menschen sind hochentwickelte Wesen, die mit einer speziellen Mission inkarniert sind, um bei der globalen Transformation zu höherem spirituellen Mitgefühl, Einheit und Bewusstsein zu helfen. Ihre Anwesenheit auf der Erde ist entscheidend, um den Übergang in eine neue Ära des Friedens und der Harmonie zu erleichtern. Cannon erzählt im Laufe des Buches die Geschichten und Zeugnisse dieser Freiwilligen und enthüllt ihre einzigartigen Erfahrungen, Hindernisse und Beiträge zur menschlichen Evolution. Einige zeichnen sich als Heiler aus, die Heilenergie kanalisieren, um Leiden zu lindern und körperliche und emotionale Gesundheit zu fördern. Wenn wir positive Affirmationen wiederholen, ändern wir die in unserem Unterbewusstsein verankerten, negativen Gedankenmuster in positivere und konstruktivere Gedanken. Diese mentale Neuprogrammierung hilft uns, Selbstkritik und Verachtung loszulassen und macht Platz für Akzeptanz und Liebe. Positive Affirmationen helfen uns, unsere Ziele klar und zielgerichtet zu verfolgen, sodass wir Hindernisse und Herausforderungen mit Entschlossenheit und Zuversicht überwinden können. Sie wirken wie Leuchttürme, die uns durch die Dunkelheit der Ungewissheit und der Schwierigkeiten führen und uns daran erinnern, dass wir die innere Kraft haben, die Realität zu erschaffen, die wir erleben wollen. Indem wir unsere Energie mit unseren positiven Affirmationen verfeinern, stimmen wir uns auf die Schwingungsfrequenz unserer ausgedrückten Wünsche ein und ziehen Situationen und Gelegenheiten an, die uns der Verwirklichung dieser Wünsche näher bringen. In diesem Sinne sind positive Affirmationen nicht nur Worte, sondern ein Akt des Glaubens und des Vertrauens in das Universum, das uns auf unserer Reise zum spirituellen Aufstieg unterstützt. Was das Gebet betrifft, so ermöglicht es uns, eine tiefe und direkte Verbindung mit dem Transzendenten herzustellen, geistige Führung zu erhalten, Trost in schwierigen Zeiten zu finden und Dankbarkeit für die erhaltenen Segnungen auszudrücken. Indem wir uns regelmäßig Zeit für das Gebet nehmen, stärken wir unsere Verbindung zu Gott und entwickeln eine innige Verbindung zu unserem geistigen Selbst. Diese Verbindung gibt uns nicht nur emotionale Unterstützung, sondern auch eine klare Richtung in unserem Aufstiegsprozess, die uns Weisheit und Klarheit auf unserem Weg zu tieferer Erleuchtung gibt. Das Gebet hilft uns, uns mit den höheren Mächten zu verbinden, die uns auf unserem Weg leiten und mit dem Kern unserer Existenz in Verbindung zu treten, sodass wir auf unserer spirituellen Reise ein Gefühl des inneren Friedens und der Zielstrebigkeit erfahren können. Dankbarkeit wirkt auch wie ein Leuchtfeuer, das unseren Weg erhält und uns die kleinen und großen Segnungen erkennen lässt, die uns jeden Tag umgeben. Indem wir eine Haltung der Dankbarkeit einnehmen, entwickeln wir eine Wertschätzung für die positiven Erfahrungen und Menschen um uns herum, was unsere Schwingung anhebt und uns mit der Fülle des Universums verbindet. Diese tägliche Praxis hilft uns, auch in schwierigen Zeiten eine positive Perspektive beizubehalten, indem wir uns auf das konzentrieren, was wir haben, anstatt auf das, was uns fehlt. Wir können unsere Wahrnehmung verändern und Freude im täglichen Leben finden, indem wir für einfache Dinge wie einen schönen Sonnenaufgang oder ein freundliches Lächeln dankbar sind. Nach den Lehren von Dolores Cannon ist der Aufstiegsprozess eine tiefgreifende Transformation, die sowohl den physischen als auch den spirituellen Bereich betrifft. Er erfordert die Ausrichtung auf die neuen Frequenzen des Universums und die Anhebung unseres Bewusstseins auf höhere Ebenen der Existenz. Durch die oben erwähnten Praktiken können wir uns bewusst und aktiv auf diesen Prozess vorbereiten. Diese Reise lädt uns ein, die Vergangenheit loszulassen, uns von Begrenzungen zu befreien und unsere wahre Essenz anzunehmen. Indem wir unseren Körper, unseren Geist und unsere Seele mit lebendiger Nahrung, positiven Gedanken und bedingungsloser Liebe nähren, können wir zu größerer Ganzheit und Harmonie mit dem Universum aufsteigen. Der Weg des Aufstiegs führt uns in einen Zustand tieferen Bewusstseins, inneren Friedens und der Verbindung mit der Göttlichkeit, die in jedem von uns wohnt. Wenn Sie diese wunderbare Begegnung genossen haben, lade ich Sie ein, ein Like unter das Video zu setzen und auch einen Kommentar zu hinterlassen. Ich werde Sie gerne lesen. Teilen Sie uns Ihre Freude über den Aufstieg mit. Ich ermutige Sie, unseren Kanal zu abonnieren, um weitere Inhalte zu diesem Thema zu erhalten. Nochmals vielen Dank für Ihre Unterstützung und dafür, dass Sie ein Teil dieser Gemeinschaft sind. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns bald wieder. Wir sehen uns bald wieder. Wir sehen uns bald wieder.